Hallo ASMR Freunde, mein Name ist Daringa, A-K-A-O-K-A-S-M-A Du bist okay Heute gibt es Funko Pop Figuren. Ich möchte mich mega bedanken bei euch, dass ihr so krass an der Umstimmung teilgenommen habt und mir somit gezeigt habt, dass ihr ein Funko Pop ASMR Video wollt. Zuerst. Das nächste Video wird dann ein No-Talking Video. Dann starten wir mal rein. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt, zu liken und zu kommentieren, falls ihr Zeit und Lust habt. Zwei Kommentare. Wir müssen den Algorithmus verauschen. Dann starten wir mal rein. Ich fang mit der für mich am besten, also von den Vieren die beste Funko Pop an. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin so halb drauf. Leider gehört es mir nicht. Also, ich habe sie gekauft und sie gehört mir jetzt. Aber ich werde sie verschenken an meine Freundin. O-M-G. Ihr wisst vielleicht, wer das ist. ... ... Es ist Madame Maxime aus Harry Potter. Das ist halt so eine extra Größe. Was ja auch passt, weil es Madame Maxime ist und sich größer ist. Sie hat richtig schöne lackierte Nägel. Und die Haare sind vorne etwas grau und seitlich etwas braun. Ich finde es mega. Wenn du Wacken habt, hat sich die Hinten auf den Barsen. Ich finde es aus wie im Wacken auf einigen Weg. Wenn du Wacken auf den Wacken benutzt, Jetzt kann ich das noch mal im Wacken eingere. Spann dich zu den Tappingsern. Atme ein und aus. Sie hat einen Ring und wirklich lackierte Nägel. Und ihr findet sie schaut so was von classy aus. Hier die grauen Haare. Der braune Bob. Der braune Bob. Der braune Bob. Der braune Bob. Dann kommen wir einfach. Dann geht es mit Nummer 2 weiter. Es ist Pennywise aus Idla. Und der schaut so was von böse aus. Der braune Bob. 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 Das war's. Er hat dieses heftige Glanzkostüm an, was so ein bisschen abgrenzt ausschaut. Die bösen gelben Augen und die Hasenzähne. Am Kopf, Adern und der böse, also die böse Frisur. Dann feiere ich denselben, also fast ähnlich, gibt es auch noch mit Luftballon und mit langer Zunge. Denn mit der Zunge, den würde ich auch noch feiern. Ich hole den jetzt mal nicht raus und wahrscheinlich den nächsten auch nicht. Genau. Dann als dritte Figur habe ich auch richtig nice und oh mein Gott, ich flippe aus. Heute ist Freitag. Ihr wisst, welcher Tag das ist. Wisst ihr, welcher Tag das ist? Welcher Tag ist das? Sag mir, welcher Tag es ist. Oh mein Gott, sag mir, welcher Tag es ist. Okay, ich bin komplett lost. Fangirl. Nein, ich flippe wirklich aus. Oh Gott. Heute kommt Stranger Things 4. Mein Leiden hat ein Ende. Wo wir auch schon bei der nächsten Figur wären. Ich glaube, eigentlich müsste es wissen, ist es Elfie aus der dritten Staffel mit den Klamus. Und der Klamus und der Friesel und dem Stimme, Augentuch und dem Nasenbluten. Rosi. Ja, ich flüster, du musst nicht Angst haben. Nein, nein. Petal 11. Hoppa. Will, 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 the wise. Mix, 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 mix. Look, 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 look. Look, 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 look. Erika, 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 you can't read or write America without Erika und Bettelhaven, ich sehe Graziat auch, oh Gott, sie hat diese heißen Schuhe an Deinen heißen Gürtel Schwarz-Rot-Gold und dein Armband und dir die Nase blutet Wenn du bis hierher geschaut hast, dann schreib Bettel11 in die Kommentare und schreib dazu, ob du Stranger Things auch so liebst wie ich Die holen wir jetzt mal raus, ihr dürft mir das nicht übel nehmen, aber ihr habt immer so wenig Angst, die Hülle kaputt zu machen, schaut richtig schön aus Hinten, das Holz, Armband, nee, Augenband, Stemmband ist ja egal, zusammengeknotet, schönes welliges Haar, ich will übrigens auch so Haar Deswegen schaut mir auch jetzt momentan so aus, wie es ausschaut Hosenträger Das Armband Das Nase Shirt Der Gürtel Die Schuhe, ich glaube das sind Asics Asics, Asics, Asics Und Nasenbluten Und Nasenbluten Thumbnail gefällig Das ist auch der Größenunterschied Zwischen der Big Funko und der Nummer 1 Funko Gut, Elvie ist halt auch ein Kind Der Gürtel Die Schuhe Der Gürtel 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 Denn ich habe das eigentlich nicht vor gehabt, die zu sammeln. Die erste Figur war der Freddie Mercury. Den habe ich geschenkt gekriegt und dann... Jetzt ist es irgendwie so gekommen, das richtig Bock habt, mehr und mehr zu haben. Und die kennt ihr ja schon vom letzten Video. So, ich werde auch mal fertig vor, aber dann machen wir gerne noch das. So, ich werde jetzt fast in die nächste Phase ein. So, ich guckee dir das. Das ist die Spendung. So, ich mache jetzt mal das Teile. So, ich werde mit der Mitte verabschieden. So drogte ich mir das. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und da gibt es dann noch den Tegel. Dann wünschen wir irgendwann noch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du bist okay. 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 Danke für Ihren Support. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Passt auf euch auf. Patsch und Scheiß. Und dann Servus. Servus, 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 servus. Servus, servus, servus. Servus, servus, servus. Servus, 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 servus. Servus, 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 servus. Servus, 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 servus. Vielen Dank.